Und? Haben Sie sich nach dem Lesen des Berichts für einen der Bürger entscheiden können? Ich mich nicht so wirklich. Dieses Beispiel zeigt nämlich, mit welchen zugespitzten und sehr kategorischen Bildern die Debatte überhaupt geführt wird und welche Rolle das Recht in diesem Diskurs einnehmen kann. Das vierte und letzte Video dieser Lektion beschäftigt sich mit zwei Themen. Anhand des autonomen Fahrens beschäftigen wir uns mit der Frage, was passiert, wenn der Mensch völlig aus Entscheidungen ausgeklammert wird. Und wir beschäftigen uns mit der Frage, wie das Recht Technologiegiganten regulieren kann, die derzeit das Internet als rechtsfreien Raum für ihre ökonomischen Interessen betrachten. Ich möchte ein Beispiel heranziehen, mit dem man die Problematik der automatisierten Entscheidungen vielleicht besonders gut verknüpft. Das ist das Beispiel der autonom agierenden Fahrzeuge. Keine Tagung, kein Kongress, kein Industrietreffen derzeit in der Automobilbranche. Und wie Sie wissen, ist das eine der Branchen, die insbesondere in Deutschland den Wohlstand dort wesentlich geschaffen haben. Kein Event also dieser Branche, in der nicht darüber diskutiert wird, wie automatisierte Entscheidungen im Automobil technisch ermöglicht werden und wie diese automatisierten Entscheidungen dann mit Anforderungen wie zum Beispiel Artikel 22 DSGVO umgehen können sollen. Denn wenn Ihr autonom fahrendes Fahrzeug in einen potenziell tödlichen Unfall verwickelt ist, dann wird es wohl so sein können, dass dieses autonom agierende Fahrzeug auch Entscheidungen über Tod und Leben wird treffen müssen. Eine derzeit existierende Herausforderung der deutschen Automobilindustrie ist der § 1b Straßenverkehrsgesetz, der in ganz ähnlicher Weise auch in Österreich besteht und der eigentlich hätte dazu dienen sollen, um autonom agierendes Fahren zu befördern. Der also eingeführt wurde mit großem Primborium, um zu sagen, wir fördern die deutsche Automobilindustrie. Aber gleichzeitig natürlich das Dilemma erst recht wieder erzeugt, dass wir mit diesen ethischen Implikationen regelmäßig überfordert sind, weil wir sie nicht besprochen haben. Weil nämlich 1b auf der einen Seite zwar ermöglicht, dass ich als Fahrzeugführer autonomes Fahren einsetze, aber auf der anderen Seite von mir verlangt wird, dass ich jederzeit in der Lage bin, § 1b Absatz 2, dass ich jederzeit in der Lage bin zu erkennen, dass das System nicht mehr bestimmungsgemäß verwendet wird und daher die Voraussetzungen für ein autonomes Fahren nicht mehr vorliegen. Ich soll also auf der einen Seite zwar autonom fahren können, ich soll aber auf der anderen Seite die volle Verantwortung dafür tragen, nicht erkannt zu haben, obwohl ich es erkennen hätte können, dass ich nicht hätte autonom fahren sollen. Lassen Sie mich abschließend noch nach einem Warum fragen. Nämlich nach dem Warum trotzdem, also das Recht evidenterweise scheitert in der Bewältigung dieser Veränderungen. Warum die Digitalisierung denn dann trotzdem so erfolgreich ist, auch in Europa? Ich will diese Antwort jetzt erneut dilettierend nicht rein rechtswissenschaftlich geben, sondern mich beziehen auf ein Buch, das ich sehr bemerkenswert gefunden habe, eines deutschen Soziologen. Der Titel des Buches ist Muster und was der Autor hier versucht zu beschreiben, ist die Frage zu beantworten, warum die Digitalisierung denn eigentlich so gut funktioniert, auch in Europa. Und die Antwort, wie so oft, ist eigentlich ziemlich banal, nämlich die, dass die Digitalisierung schon lange vor den Computern begonnen habe und nicht darin liege in ihrer Kraft, dass sie computergestützt agiere, sondern vielmehr darin liege, dass sie Muster erkenne und Muster bearbeite. Digitalisierung interessiert sich dann also gerade nicht für das Individuum, nicht für die informationelle Selbstbestimmung, nicht für die Würde des Menschen, sondern für das dahinterliegende Muster. Also die These dieses Buchs ist, dass die epochale Katastrophe der Digitalisierung ethische Konflikte mit sich bringe, die in einem System wie dem existierenden Rechtssystem so nicht bewältigbar sein, weil eben das dahinterliegende Ziel zum Beispiel der informationellen Selbstbestimmung in dieser Form nicht aufrechterhalten werden könne. Was ist also dann die Moral von dem? Die Moral von dem mag darin liegen, dass dieser Befund erklären kann, warum wir in dieser epochalen Katastrophe rechtliche Vorgaben haben, die typischerweise unbestimmt sind und also scheitern und in weiterer Folge dann diverse ganz eigenartige Folgeeffekte erzielt werden, die ich Ihnen noch ein bisschen verdeutlichen möchte, nämlich ein paar der Folgen, die damit einhergehen. Als ich jung war und das Internet so klang, das, was viele von Ihnen jetzt wahrscheinlich das erste Mal hören, ist ein Dial-Up-Mode, mit dem man sich ins Internet verbannt und dieser lange Prozess, den Sie jetzt hören, musste jedes Mal durchgeführt werden, wenn man ins Internet gehen wollte. Und das war so ungefähr bis Ende der 90er Jahre so. Dieser Prozess, also der, als ich jung war, begann mit dem großen Versprechen, dass es grenzenlose Nationalstaaten ablösende, die Souveränität nationaler Staaten nicht mehr benötigende Konzepte geben würde, die John Perry Barlow 1996 in seiner Declaration of the Independence of Cyberspace beschrieben hat. Dieses große Versprechen also aus der Mitte der 90er Jahre hat in unserer Zeit heute eher dann diese Gestalt angenommen. Eine Gestalt, in der wir, ich denke, ich habe es jetzt schon recht ausführlich dargestellt und auch begründet, in der wir also großen, heute würde man sagen, Plattformanbietern gegenüberstehen, von denen es nur noch wenige gibt und die sich gegenüber europäischen Normgebern ungefähr wie folgt verhalten. Das, was Sie jetzt gleich sehen werden, ist ein kurzer Ausschnitt des Hearings von Mark Zuckerberg anlässlich des Skandals um die Verwertung von personenbezogenen Daten für Zwecke der individualisierten Bewerbung. Cambridge Analytica ist das Wort, nachdem Sie googeln müssen, wenn Sie sich daran erinnern wollen. Und das hier ist also jetzt ein kurzer Ausschnitt des Hearing des Mark Zuckerberg anlässlich des Cambridge Analytica-Skandals im Europäischen Parlament. Sie müssen also, um den Kontext zu verstehen, sich vergegenwärtigen, dass das Auditorium, vor dem Zuckerberg hier spricht, das Souverän, die Repräsentanten der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der Bürgerinnen und Bürger, also uns aller sind. Zuckerberg erzählt uns also, nach dem acht Minuten lang der Vorsitzende des Parlaments hauptsächlich italienisch monologisiert hat. Nicht, dass man vielleicht erwarten würde, gegenüber einem europäischen Souverän als potenziell normunterworfener, sondern es ist wohl eher so etwas wie eine Erklärung eines Staatschefs zu anderen Staatschefs. We ist in dem Fall wohl also das Imperium von Facebook. Und vielleicht ist das auch eine korrekte Beschreibung, denn Facebook hat 2,2 Milliarden Nutzerinnen und Nutzer. Wenn man dann noch WhatsApp mit 1,5 Milliarden und Instagram mit 800 Millionen hinzuzieht, dann versteht man vielleicht auch, warum Zuckerberg, nachdem er dort 60 Minuten lang gesprochen und keine einzige Antwort gegeben hat, nach 81 Minuten dann den Saal verlässt mit dem Hinweis des Europäischen Präsidenten, dass er Zuckerberg dazu gezwungen wäre, weil es einen Flug gäbe, den er noch erreichen müsse. Vor diesem Hintergrund, also zusammengefasst, möchte ich Ihnen die traurige Botschaft vermitteln, dass eine Antwort auf die Komplexitätserfahrungen und eine Antwort auf den Rolltreppeneffekt, den ich am Anfang beschrieben habe, im Recht zu suchen, eine, vermute ich, vergebene Liebesmüh sein wird. Herzlichen Dank.